morgen werden wieder zwei neue videos reingestellt und zwar der schöne fuchs und gestern kam er nicht mehr raus im nebel dafür habe ich den die rehe noch aufgenommen die auf 20 meter ankam und heute der letzte tag und ich hoffe der fuchs lässt sich noch mal sehen ja dass wir noch mal ein paar schöne aufnahmen kriegen also dann daumen nach oben und hold rio und weidmannsheil so 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 so